Dass Gasflaschen nicht nur gefährlich sind, wenn Feuer in der Nähe ist, beweist dieses Video. Ein Arbeiter aus Indien möchte hier einen Verschluss einer vermeintlich leeren Gasflasche öffnen. Diese ist aber voll. Kaum öffnet er den Verschluss, verwandelt sich die Gasflasche in eine Rakete. Gasflaschen sind zwar größtenteils explosionssicher, können aber dennoch gewaltigen Schaden anrichten. Außer an der Hausfassade kam es glücklicherweise zu keinen weiteren Schäden oder Verletzungen. Kaum auszumalen, was passieren kann, wenn so einer Flasche mal jemand im Wege steht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017